Fridolin muss viel disziplinierter werden. Wie sehen Sie denn seine Chancen? Ich sehe Fridolin auf jeden Fall nicht als Gymnasiast. Vielleicht liegt sie aber auch an ihrem Unterricht. Du musst das schaffen. Und dazu musst du dich jetzt halt auch mal anstrengen. Hab ich doch gar keine Zeit mehr zum Spielen. Der neue Film von Markus H. Rosenmüller Hallo, Frido. Ich bin dein Spiegelbild. Das bin ich. Zu deinen Diensten. Ich bin perfekt. Stell dir vor, du schreibst nur noch super Noten. Ab morgen bis zum 1.00 Uhr. Würdest du mich in die Schule gehen? Freiwillig? Gerne. Das wäre mega. Ohne hier zur Schule zu gehen. Noch 10 Minuten. Fertig. Das ist alles richtig. Das müssen wir feiern. Doch kein Plan ist perfekt. Die Augen für dich in der Schule? Und alle denken, du wirst plötzlich so ein Suchenstreber. Wo hast du denn hier? Na, ihr Duschen? Sie sind gefährlich. Die wollen uns unser Leben wegnehmen. You might appreciate it. Der einzige Weg, perfekt zu sein. Guten Morgen, Frau Clarissa. Unsere ganze Klasse ist in Spiegel verschwunden. Ist du selbst zu sein? Einer von uns beiden ist hier überflüssig. Das ist mein Zuhause, ich seins. Die ganze vierte Klasse ist auf einmal so lieb. Sie müssen unsere Klasse jetzt. Unheimlich perfekte Freunde. Neopold! Fetzt nicht das Ding, sorry. Wo die Klasse... Untertitelung des ZDF, 2020